Moin, Hüter, Brüder und Schwester. Heute machen wir mal ganz Classic in der Kampagne weiter. Jetzt wird die endlich auch mal zu Ende haben. Also geht's heute mal in die Tiefen des Meeres zu Barotrauma. Habe ich jetzt eine ganze Woche vor mich hergeschoben, immer von gequatscht. Ja, Maword-Kampagne und dann immer wieder in den alten Grind-Rhythmus verfallen. Heute ziehen wir es endlich mal durch, dass wir die zwei Aufträge noch machen. Den hier und ich glaube danach ist noch ein oder zwei und dann wende ich mal zumindest die Campaign durch. Commander, wir haben Assas Spur tief von der Kraken Mar aufgespürt. Hinter Xivuar Ratsgefächt. Alles klar, Deputy Commander, Heiliger und ich werden das Gebiet eingrenzen, um die Schar abzulenken. Dann kann der Hüter unversehrt durchbrechen. Die Eisenkriegsbiester sind für den Kampfeinsatz bereit. Gib den Befehl. Warte noch, bis der Hüter Assas gesichtet hat. Wir verschwenden Zeit und sie leidet. Ich kann es spüren. Wir sehen uns auf dem Feld, Sloan. Triff deine Ziele und wir erledigen das. Ausrücken. Digga, wenn Savala schon wieder so tut, als ob er wer weiß, was für Unterstützung schickt. Spaß. Immer nur alles allein. So wie er dann braucht er. Einsatzdruck aufgepasst. Ich bin jetzt an der linken Flanke und auf ein Ritual gestoßen. Ich gehe rüber zur rechten Seite. Hier befindet sich auch ein kleiner Ritualplatz. Dringe jetzt zur Position des Commanders vor. Ich stationiere meinen Drop-Port an deinem Standortsloan. Vagabund, du saugst für taktische Unterstützung. Scheiße, Vagabund ist auch mit bei. Vor dir spitzt sich die besessenen Energie zu, Held. Das muss Arthur sein. Ah, mein Arm. Was auch immer sie tun, es wird immer schlimmer. Wenn wir das stoppen wollen, dann jetzt. Hüter, dringe weiter vor. Sobald Saladins Pott am Boden ist, leiten wir unser Ablenkungsmanöver ein. Fahrten wir aber letztens hier schon, ne? Oder war... Ja, 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 ist gut, ist gut, ist gut. Klar kennen wir die Map, aber ich meine, heute machen wir es im Zuge der Campaign. Hier war doch aber irgendwo, habe ich da nicht letztendlich irgendwann mal was verpasst? Sonnetechnisch? Kein Plan. Jetzt auch nichts zum Sammeln hier. Das können wir nachher machen, wenn der Grind wieder losgeht. Pott gelandet. Ich bin in Position. Hüter, schlag zu! Holy shit, Alter. Das ist jetzt auch noch allein, ne? Wow! Alter, was ne Begrüßung gleich. Scheiß, hab ich Akkus. Oh, ich hatte Akkus von gestern noch. Na gut, jetzt ziehen wir es mit Akkus durch, weil ich mir so schläft. Was haben wir schon, ne? Was? Das zählt für Vorhut? Cool. Ja, sehr schön. Einsatztrupp, Berichterstattung. Der Heilige und ich halten Stellung an der linken Flanke. Es funktioniert. Wir haben sie vom Hüter weggelockt. Feindliche Verstärkung überrennt die rechte Flanke. Wir halten Stellung. Wir ziehen uns nicht zurück. Okay, du Ass. Jetzt liegt's an dir. Wer hätte das gedacht? Und mit Ass kann er nicht mich meinen. Holy shit, Alter. Ihr seht schon daran. Wie kann ich diese Riesenblase verfehlen? Komm, wir sammeln jetzt hier nichts fürs Aquarium. Sieh zu, dass es durchzieht. Was hat er? Was hat er? Kommelt sie dir schon wieder in der Hose rum, Vagabund? Du hast die lange Nudel aufgespürt. Verstanden. Oh, Alter, der war lieblich. Aktiviert euren Schutz der Dämmerung und feuert auf ihre Ritualisten. Sorry, aber ich hatte erst einen Kaffee gesehen. Kommen dann so diese Altherren-Gags. Jetzt war nicht alles mit dir. Junge. Alter, die Klee hätte ich aber zumindest ablegen können. Die brauche ich hier wirklich nicht. Die war gestern noch für meine Vex. Ist hier irgendwie mein Lieblingsgewähl. Oder wir nehmen einfach mal unseren Bogen. Alter, probiere die neue doch mal aus. Ja, stimmt. Können wir eigentlich auch mal. Machen wir alle, Mann. Oh, die Shit. Hier war ich aber noch nicht, ne? Und dann haben sie da wirklich... Okay. Ich dachte, aus irgendeiner... Alter, dein Ding geht gleich drauf. Oh. Ich dachte, man hätte bei den normalen Bergungsaufträgen schon alles gesehen. Aber okay, dann haben sie wirklich extra einen Abschnitt für die Campaign gelassen. Oder das kommt vielleicht später eh nochmal. Keine Ahnung. Aber ich will jetzt hier auch keine Scheiße machen. So spät bleiben. So spät. Digga, ich brauche kurz eine Blase. Hier. Ist das denn hier nicht richtig? Ich doch. Oh. Oh. Oh ja. warte da sieht es irgendwie so aus als könnte man was sammeln mit einem scheiß sammeln alter wie interessiert das sammeln jetzt ich kenne kein richtig werden jetzt überhaupt nicht ich kenne kein ritual mit dem unser panzer auf zwei beinen nicht fertig werden meinst du da war gab es schön viel magie und ich wette diese hexen in der hand magie entsteht oh shit holy shit oh nein ich hasse greiche jede hexe die du platt machst bringt uns unserem ziel näher gibt alles hält es wieder zu kräften gekommen ich mache genauso weiter wie bisher scheiße ich habe auch noch den falschen ausgerüstet egal die jetzt gerade ganz gut wo mein hand kurz vor kampf wieder ein kreischer ernster muss es denn immer ein kreischer sein zur hölle einsatz wir nehmen diese position ein das feige fleisch muss besessen werden tatsache ist eine kriegsbiester hätte das gedacht schicken sie wirklich mal hilfe und dann jetzt gleich viel leichter von alle warte wo ist die hexe wo ist sie größer wo ist oh shit ab da nicht oga Wieder wirklich alles versammelt, Anna. Das war ein Fehler, aber egal. Wo ist sie da? Die Hexe ist tot. Scheißdreck. Alles klar, Alter? Richtig lustig. Ja, mit seiner langen Nudeln, Mann. Die lange Nudeln sollte jetzt frei sein? Alter, das ist so eine Steilvorlage für dämliche Sprüche. Und miese Gags. Was war's? Eine undurchdringliche Mauer. Oh Mann, ich wusste das so schnell hier. Der hat das letzten schon gemacht. Gebiet räumen und in Verteidigungspositionen um Asser zurückziehen, solange sie zur Arkologie zurückschwimmt. So gut wie erledigt. Kriegsbiester. Gut gekämpft. Sonderration für alle. Das Riesenauge von Asser. Mann, du lässt einer übernahmen deine Pupille ran. Und sende euch eine Teleportbarke. Haltet euch gut fest. Geht da noch weiter, oder? Oh. 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 Die Vorrats-Truppen ziehen sich zurück. Gut. Zeig die Mission zu beenden. Unser Tanz hört nie auf. Ich bin Krieg. Du trägst meinen Banner. Ich bin deine Hoffnung. Was bist du ohne mich? Meine Umarmung gilt dir. Ertränke in der Tiefe. Kämpfe auf ewig. Zurücktreten, Deputy. Hä? Ich hab doch gar nicht... Ach siehs, guck mal. Manchmal besteht der Kampf. Darin nicht zu kämpfen. Mann, Zawalla. Irgendwann kosten dich deine Weisheit noch mal deine Birne. Du bist Titan, Alter. Bleibt immer super cool. Manchmal besteht der Kampf darin, mich zu kämpfen. Ja, und ich muss mir diese Scheiß-Unterdiener ausmachen. Euch hat es schwer. Der wahre Weg ist nivolös. Aber sie kennt den Weg. Sie, die die Wahrheit verschleiert. Die Hexenkönigin. Oh, alte, bekannte Leute. Okay, aber wir werden die ganze Zeit auch Wege von einem Walfisch entgegen. Ernst ab. Das ist unsere Option gegen den Reisenden, Leute. Eine Wahl. Shit. Tja, oh. Das war es dann auch schon. Hm, ich würde sagen, bis zur nächsten Mission, oder? Bis denn, Leute. Seid dabei. Bis denn, Leute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020